Level 2 von Zahlenfolgenvervollständigen. Aufgabe wieder, führe die Zahlenfolge logisch fort. 1, 2, 4, 8, 16 und 32. Du möchtest wieder Video kurz pausieren, selber drüber nachdenken und eine kleine Lösung entwickeln und dann stelle ich dir meine Lösung vor. Und zwar genau jetzt. Fragen wir uns ja wieder, was muss ich eigentlich tun, um auf das jeweils nächste Folgeglied zu kommen. Um auf eine 2 zu kommen, wenn die 1 sie geben ist, könnte ich zum Beispiel 1 addieren. Joa, könnte dann danach 2 addieren, dann 4, dann... Was ist das? Och, bei Zahlenfolgen muss man immer so viel rechnen, fällt mir schon mal auf. Okay, also addieren, hier vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir sehen ja, dass die Abstände immer größer werden. Also wir müssten immer größere Zahl addieren. Das hier sieht eher aus wie eine Zahlenfolge, in der multipliziert wird. Denn wir können sehen, dass die Folgelieder jeweils immer verdoppelt werden. 1 mal 2 ist 2, 2 mal 2 ist 4, 4 mal 2 ist 8, 8 mal 2 ist 16, 16 mal 2 ist 32. Wir würden also erneut mit 2 multiplizieren, 32 mal 2 ist 64. Wir haben hier auch, so könnte man da auch rangehen, einfach Zweierpotenzen. 2 hoch 0 ist 1, 2 ist das gleiche wie 2 hoch 1, 4 ist das gleiche wie 2 hoch 2, 8 ist das gleiche wie 2 hoch 3. Dann haben wir hier 16 ist 2 hoch 4, 32 ist 2 hoch 5 und 64 ist 2 hoch 6. So könnte man das auch interpretieren. Und jetzt würde eben die nächste Zweierpotenz kommen, 2 hoch 7, wäre 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 und so weiter. Also immer mit 2 multiplizieren. Okay, Level 2 auch relativ simpel. Wir multiplizieren immer mit derselben Zahl. Wenn du dir ein schwierigeres Niveau wünschst, schau doch mal in diese Videos hinein. Das nächste Level wartet schon auf dich, beziehungsweise kannst du auch gerne mal eine Zahlenfolge unten in den Kommentaren posten. Vielleicht nehme ich die ja in die Playlist auf, wenn sie nice ist. Mal schauen. Lass es dir gut gehen und auf bald. Tschüss, dein Rick.